Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir ein Spiel, was wir letzten Sachen untergeladen haben und ja. Das nehmen wir, ähm, der da, den da und nochmal. Ja, das, der hat der da, der da, stopp, strö, genau, gut aus, äh, oh, stopp. Genau, das sind die Top, aber schießen wir. Go, yeah. Na, das tut mir leid, aber wir werden heute nur dieses Spiel spielen und die anderen werden wir wahrscheinlich nicht, werde ich wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ja, und das wird heute das letzte Video sein und ja. Das Spiel geht weiter und dann sind wir hier. Und dann gehen wir später nach da. Oh nein. Nein. Der macht den anderen. Die anderen nein. Und er schießt. Noch ein. Und meiner fängt ihn ein. Und, aha, ich hab nichts gemacht. Was ist das? Irgendwann. Und, äh, das war erst die Halbzeit. Und die zweite Halbzeit. Und der Video wird doch nicht so lang sein, weil ich will einfach den nur zeigen. Oh, und zwar schon zu Ende. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist der Spiel, der ist neu. Der ist so gut, der auch. Ja, der ist gut. Der ist gut. Okay, der Spire mir, spire mir gern. Oh nein, ich dachte, er sei bald. Foul, foul. Das ist so nass. Nein, das geht genau so. Und andere Seite. Und Aktien abgeben an den Spezial. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Und er schießt mit Spezial. Und er fängt die nicht. Und wir haben ein Tor. Und die Halbzeit ist fertig. Oh, wird langsam keine Energie mehr. So schön. So, er geht. Foul, foul. Wir schießen uns mit den vier Spielern vorbei. Drei. Vier. Das sehen wir. Eins. Zwei. Drei. Oh nein. Und erste Halbzeit vorbei. Zweite Halbzeit läuft. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Esse Mal. Die Abwärs hier. Die abwärs hier. Den ich die ganzen abwärbe. Ein Teil der Abwärs hier unter. wir kontrollieren auch hier ein bisschen schießt er schießt er schießt er hat mein bester spieler und er schießt eine spezielle attacken und er schießt er schießt mit seiner plätze und er fangt ihn nicht und er geht was für ein schuss er wird einen weiteren schritt in der richtung sieg ja man ja man und wir spielen die beiden das spiel ist auch gleich vorbei und dann drücken wir vorbei das ist mein bester spieler er hält ihn und dann schießt er spiel zähl das ist in drei vorbei der erste kommt dann und er kriegt ihn nicht und er kriegt ihn auch nicht und er kriegt ihn auch nicht und jetzt kommt der tot er kriegt ihn auch nicht letzte sekunde ja ja man ja man cool ja man und wir gehen jetzt kurz zurück zurück oh sie sehen beide aber krass aus warte hier leute so heißt das spiel wenn ihr wollt ladet euch das runter und ja hier gebe ich euch 1-2 minuten zeit und das war aber keine 2 minuten hoffe dass ich aufgeschrieben habe oder kurz stopp gemacht habe und ja wir gehen kurz spielen auf unserer mannschaft weiter so sieht unsere mannschaft aus und ja ansonsten wir haben gezogen hiermit kommt die eure dinge was dritte ich könnte auch feuch gehabt machen ohne dass die die vier, die vier, die vier, die vier. Mv, 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 Mv und Mv und die, die Mv. Okay, das war schön. Und das Ganze wird dir durch die Spieler kaufen. Dann gehen wir hier. Und das erste ist Geschirft. Hier könnt ihr euch die Wasser kaufen. Und hier zieht sieben Sorte. Das zweite mit den roten. Du hast keine Flaschen mehr. Ja, und, ja. Wenn du das Spiel gefahren hast, gib deinen Darm hoch. Und aktiviert die Glocke. Like bitte. Und schreibt in die Kommentare, ob ich noch mehr Videos machen soll. Also von sich spielen, zeigen. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.